Und herzlich Willkommen. Wir spielen gegen Hexenmeister, mit dem Hexenmeister, für den Hexenmeister, gegen den Hexenmeister. Letztes Spiel überhaupt in dieser Serie. Dafür werdet ihr büßen. Ja, ist okay. Nur die für nie. Das habe ich auch schon hundertmal gesagt. So, machen wir es mal so. Muss er angreifen. Die ist down. Meiner steht noch. Ist gut. Dann machen wir. Okay, was machen wir? Coins weg. Ah, ist okay. Hm. Hm. Zieh mal schön, Karten. Hm. Ja, machen wir das mal. Können natürlich auch. Nein, können wir nicht. Ah, gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ähm, 3 abziehen. Können wir machen. Karte ziehen, damit sich der Heal lohnt. Dann machen wir das da drauf. Hier da drauf. So. So. Nächsten Zug sieht schon eng aus für unseren Gegner. Mal gucken, was er jetzt wegnimmt. Wahrscheinlich die Succubus. Oh. Das war zu erwarten. Hm. Wir könnten. Wenn wir mit dem Ansturmvogel auf den gehen, ist der weg. Dann haben wir noch 4 Mana übrig. Das heißt, wir können noch eine von denen spielen. Dann hätten wir 4 plus 2 plus 2 sind 8 Schaden. Reicht nicht. Wenn wir jetzt mit dem das weg machen. Ach komm. Was soll das? Was soll das denn? Machen wir einfach so. So. Und so. Hört ihr das auch? Hören wir ein bisschen Randale hier draußen. Oh. Okay. Okay, okay, okay. Damit ist das Spiel zu Ende. Glaube ich. Ja. Ja. Kopf rechnen und so Eigentlich nicht meine Stärke Aber damit ist auch Hexenmeister gegen Hexenmeister Abgehakt Und wir haben Glaubt es oder glaubt es nicht Mit allen Helden Alle Helden besiegt Sehr sehr geil Und ich bin ehrlich gesagt Genauso froh wie ihr, dass es vorbei ist Und es hat natürlich Spaß gemacht Ganz klar, aber trotzdem bin ich froh Dass es geschafft ist und Ich weiß noch nicht genau Wie es jetzt in Hearthstone weitergehen wird Es wird auf jeden Fall Weitergehen, das ist klar Aber ich Weiß noch nicht, ob ich jetzt direkt Schon gegen echte Spieler antreten werde Mit euch oder ob ich die erstmal Alle auf 10 bringe fix Das wird ja bei den meisten nur noch ein Spiel Oder so sein Gucken wir mal In die Questlog Ja, ihr seht ja schon Das wird nicht lange dauern Bis die alle 10 sind Und Ja, ihr werdet es ja sehen Wenn es weiter geht Dann, danke fürs Zuschauen Ich freue mich Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal